Tagesenergie, Sonntag, 19. September. Ihre Intuition ist heute bestens. Nehmen Sie Visionen und Eingebungen wahr, speziell beim Einschlafen oder im Traum, könnten heute tolle Wege für Sie aufgezeigt werden. Sie sind sehr hilfsbereit und sozial, bitte achten Sie darauf, dass man die eigenen Bedürfnisse ebenfalls wahrnimmt. Auch sie sind wichtig. Bequeme Schuhe sind gut, denn neue drücken besonders leicht, also lieber ausgehatschte Anziehen. Dosieren Sie Genussmittel, vor allem Nikotin und Alkohol genau. Der Körper nimmt heute alles voll auf und an.